Oha! 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 Notan, kannst du aufhören verdammt nochmal so dumm zu sein und einfach mal so sterben? Oha! Also echt, so einen Kick hab ich echt schon lange nicht mehr probiert. Ja, warum piekst du auch in meinen K rein? Wegen die verspringen wir einfach mal so die Runde mit einem dumm piekst, um zu stürmen. Alter, der hat 4000 Stunden, der der mir den Kuchen gemacht hat. 4000?! HÄH! Der Penta hat auch 4000! Wie kann man 4000 Stunden in dieses Spiel laufen? Der Penta hat auch 4000! Der Quaint und der Penta, dann haben beide 4000! Das sind bestimmt Deutsche! Das ist ja auch dumm zu pennen, leider. Okay. Kann man hier 3 zu gehen? Ich liebe alle Zeiten, weil sie auf B. Nein, nein. Da ist nicht die Frage, du kannst aufhören mit zu flashen? Sondern es ist die Frage, warum guckst du überhaupt erst rein? Rampfuck! Rampfuck! Coming A! Rampfuck! Rampfuck! Bitte ist noch welche! Nein, nein, nein! Die haben mich gefunden! Rampfuck! Eroteli, was machen die? Diese Infobinde... Wie? Ich komme! Ich komme! Ich komme! Das hat sich geplant! Ich komme! Ich komme! Ich komme! Nein! Wir sind ganz nervous! Ich gehe! Ich komme! Ich komme! Wir Nossaisationsverlten! Es ist nicht Actually! Jo, mittendrin da, ich einen hole, mittendrin da, ich einen hole. Connector, einer drinnen. Da noch ne Waffe, ist da irgendwo ne Waffe? Connector, einer drinnen. Dennis, vorst du noch welche gekillt? Connector, Mann. Du machst wieder nichts, Alter. Ja, mit was? Ich bin tot. Connector, 30 HP, 31 HP. Und du bist nicht mehr so, bist du schwul. Na, der gibt TV. Speicher. Du bist eh dann geht. Du stirbst bist du schwul. Ich kann dich nachholen, by the way not. Was? Digga, aber jetzt, jetzt sei mal ehrlich, gell? Ich hab das aber noch gesagt, dass ich vermutlich holen kann. Ach, Mann. Ja komm, Johannscher, ich hol das. Hä? Da steht Teamkamera hat Damage gemacht, du hast mir kein Damage gemacht. Das gibt's nicht, Alter. 95 hab ich mir gegeben. Digga, bei mir leckt's die ganze Zeit so. Alter. Also jetzt, der zum Beispiel in Kitchen, als der eine geguckt hat. Der in Kitchen hat sich einfach teleportiert. Ach, leck mich doch am Zuckerli, Alter. Alter, immer sterb ich mit sowas, Mann. Immer. Ich versteh das nicht, Alter. Ich versteh das nicht, Alter. Ich kassier schon wieder, ich geb ihn wieder 95. Digga, das gibt's nicht, Alter. Die ganze Zeit, ich hab so'n verfickten Pech, Alter. 12 Sekunden später. 12 Sekunden später. 12 Sekunden später. You just punched, you just fucking rach, because you just left. Du bist da. Meine Güte, Digga, er campte in CT! Seit drei Runden in fucking city. Ich hab nur die Ramp, Mann. Ich hab drei Leute in Ramp gekillt, und er sagt zu mir er guckt, Ramp. 4x, Hirach. Dann 4x, H1, R1. Ich hab 3 Leute in Ramp gekillt, und er sagt zu mir, er guckt Ramp. ja du stupe player du bist stupe 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 ich habe das letzte Mal in NOVA 2 dass jemand russiert wie so wir kommen left side left side ey ich muss ohne Scheiß jedes Game muss ich mich auflegen gut ist vielleicht auch ein bisschen meine Schuld aber alter das ist nicht gut für dein Herz berück dich es ist ehrlich nicht gut und vor allem alter mann das sind so normale Sachen wie kann man so mit russieren wer russiert durch links ist doch klar dass die dich sehen alle das ist nicht Blue nice boys let's go ahah also alter ich bin der krasseste Data was Ausflugung betrifft alter ah yes kack Vielen Dank.